Die Hall of Fame der Teamarbeit Eine Möglichkeit, um im Team voneinander zu lernen, ist eine Hall of Fame aufzumachen. Eine Hall of Fame, in der das Beste vom Team jeweils ausgestellt wird. Und diese Hall of Fame bietet dann Beispiele und Referenzen, um sich an guten oder besonders außergewöhnlichen Dingen zu messen. Und schaffen so einen Pool an Beispielen, an Erlebnissen, an Dokumenten, die wir referenzieren können, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und können uns da auch Inspiration holen und schaffen so einen Basiswert, um die ganze Qualität des Teams zu heben.